Willkommen zurück, Tozerinos. Immer noch an der gleichen Stelle. Das hat noch storytechnischen Hintergrund, also nicht wegwerfen. Hab ich auch nicht. Ich hab ihn ins Lager gelegt. Wer war das? Iwi natürlich, naja. Ah, da ist noch was. Schattenwolf-Umrang. Yippie. Puff. Ach, ist das wieder süß. Die beiden Mädels trauen sich nicht. Na komm, Mädels. Den Back hatte ich schon mal. Ich wette, wenn ich jetzt gehe, dann trauen sie sich auf einmal. Ja. Ah, ja. Na? Könnt ihr euch immer noch nie entscheiden. Ach, Quats. Gut, ich komm euch entgegen. Ach, jetzt konnte das. Was? Da fehlt aber noch einer. Aha. Hm. Wie hab ich denn das beim letzten Mal gemacht? Guck. Ich guck mal kurz auf die Karte. Wie sieht's da aus? Da ist das Haus der Hexe. Okay. Da bin ich schon gewesen. Und genau da bin ich gewesen. Genau in dem Haus der Hexe. Genau in dem Haus der Hexe. Und hier ist dann halt diese Sackgasse mit dem Typen, der dann aussieht wie ein Mensch, der hinkniet. Nein, ich war auch hier drinnen. Da drinnen war ich. Ja, ich war echt da drinnen. Da, äh, eine Stelle hat sie gesagt, äh, wollt ihr schon wieder was von mir errissen? Oder, da gab's dann hier einen Haufen, äh, Zeug, was ich mir geholt hab. Und dann beim, bin ich dann hier rauf gelaufen und da rauf. Dann war ich beim nächsten Mal da drinnen und da hat sie dann geschlafen. Selin. Selin, genau. Das war ihr Name. Ja. Okay. Ja, da war der, ist der Ausgang nach Dingens, ja. Na, okay. Reichen wir mal. Okay. Naja, wenn du das mit Selen früh genug machst, ist halt vor dem ehemaligen Gasterstaus dann ein Mob von Menschen, die meint, dass die Hexen an einem Schulze ist. Ja. Aber ich habe zu... und wenn es dann wieder kommt, geht es hier dann weiter, ja. Aber ich habe damals halt nur die Haupt-Main-Quest gemacht. Dann kam dann halt... hast du dann irgendwann gesagt, dass mit den Reißesteinen, was ich dann zuerst bei Spielbeginn völlig ignoriert hatte, weil ich das irgendwie damals echt bescheiden erklärt fand. Und dann habe ich dann irgendwann später dann die Komplettlösung geholt. Na gut. Aber ich bin ja einfach zu spät gekommen für die Storyline. Mach mal, dann halt mal weiter. Benutzen. Ne, ich kann so im Beginn nach Kasachis. Soll ich die spoilern? Soll ich die spoilern zum Hintergrund von Selen? Ja, ich weiß, ich müsste ja dann eigentlich das Spiel nochmal von neu anfangen. Ja, ja, spoilern mich mal. Weil im Hexenwald ist er jetzt sowieso tot. Oder du spielst es nochmal. Na. Na. Geht doch vorbei, ja. Die Villager werden wieder glücklich sein, dass du wieder nach Hause sehen kannst, Arisen. Na. 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 ... im Bereich des Waldes ist das Grab ihres Arisens und auf eine sehr komische Weise hat der Meister die Freiheit gegeben. Am Grab kannst du dann mit dem Geist ihres Arisens schreben. Ah, okay. Danke, Evi. So. Äh, ich hatte doch irgend noch so'n komisches Ding ins hier. Äh, zu spät. Ähm, da war noch irgendwas am Lager, was ich mitnehmen sollte. Diese Insel. Sieht, diese Räume sind frequented by Peders in der Leid. Sieht, es ist ein fairer Ort, um zu resten. Ja. Meister, wo... Ah, da. Es gibt einige, die dich wehren, aber du hast ihnen keinen Sinn. Was kann ich dir für? Verwaltung des Lagers entnehmen. Ach du Scheiße, ich hab so viel. Große. Okay, das ist nicht, das ist Werkzeug. Liefstein, Liefstein. Liefstein. Ich glaube, das werde ich brauchen. Gestein, Amelette, Giftfläche, Spitzhacke, Ölfeil, Flasche mit Öl, Festtagskuchen, Modriges Gemua, Wo zur Hölle könnte das sein? Da ist der Götterban, Magier-Talisman, Materialien. Soweit das die Storyline betrifft, ist sie den einzigen Artiefersponsern, denn alle anderen müssen folgen, ob sie damit einverstanden sind, was ihr Arisen macht oder nicht. Nach dem Tod die Ressourcen gehen sie zurück in die Luft oder werden gefallene. Das sind die, die in dem Loch in der Stadt rumrennen und schon leicht gaga sind. Okay, danke. Da ist ein Echsen-Schuppe. Ich glaube, das war wirklich das. Flange Golderz, Nachterzfall. Ja, ich glaube, das war wirklich das, was ich mitnehmen musste. Ich glaube, besser mitnehmen müssen. Sollte Magnetstein, ach, hart. Okay, dann war es wirklich das. Bärnstein, Drachenschuppe. Ja. Glühwimmchenstein, Gletscherschweif, Schlangenhaut. Na, ich gucke nochmal weiter. Essentielles. Diverse andere Gegenstände. Okay. Lazarusstein, Wiedergeburt. Unsignierte herzogliches Banner, Skelettschlüssel, Suchermedaillon, Aushebungstrupp, Banner, Tablett, Spachtel, Sichel, Wandleuchter, Lazarusstein, Splitter, Spaten, Verdienstabzeichen. Na gut, dann war es das. Äh, nee, Werkzeuge. Liftsteigen. Okay. Okay. Die anderen beiden können es nicht. Sehr schwer. Gut. As you will. Okay, dann muss ich wohl einiges loswerden. Zielkristall. Äh. Ja. Juwel, da kann man wieder herstellen. Ah. Okay, Rewegrat, den brauche ich. Keen Spahn. Oh, ich brauche einen Gelassenheit-Extrakt. Drachengeifer. Laterne, die brauche ich. Luftdichte Flasche. Kranzeska-Blut-Karaffe. Hm. Ah. Ich glaube, dann baue ich erstmal ein bisschen was. In den Lazarusstein brauchst du eben eine Menge für die letzte Quest. Die liegen in dem Loch fast in jeder Kammerung. Und erst wenn du die abgibst, gibt es halt kein Zurück mehr. Hm. Das spoilere ich jetzt aber, damit du das nicht unabsichtlich machst. Danke. Aber ich wollte sowieso erstmal das Ding jetzt machen. Die DLC. Waffen-Kopf-Körper. Was war das denn? Langer-Blauer-Kild. Hm. Brauche ich sicher wahrscheinlich nicht. Was ist das? Schattenreifung. Okay. Ich bin immer noch sehr schwer. Es gibt gute XP jetzt, die du sicher gebrauchen kannst. Ich schreibe aber mitten, welchen du warst. Also jeder kann Feuer besonders. Okay. Luftige Flasche. Wo ist das davon? Schaden Flammen. Flasche voll Brennstoff. Ach, das war gar nicht so ein Ding. Hä? Ich denke, das ist einer zum Nachfüllen. Na gut. Zielkristall. Heilung. Das kann man immer brauchen. Schmuck. So, die anderen sind alle mittel. Na gut. Ja. Speichern wir nochmal. Und das ein oder andere Item. Hm. Gut. Aber jetzt gehen wir mal... Achso. Das wart ihr Mädels. Auf zu der Tante. Soll irgendwo hier rumhängen. Soll irgendwo hier rumhängen. Yippie. Ah, bin falsch. Hm. Was ist das? Ja, ich muss doch mal... Ich muss den anderen Weg nehmen. Was zu sagen? Ich habe gehört, Cousin. Von der Kapital. Die Fähigkeit der Begeber. Ich hoffe, dass Cassardus so eine solche Fähigkeit gebraucht wird. Ja, glaube ich auch. Ach ja, der Blumenstand. Damals war man noch jung. Ich blickte hoffnungsvoll in die Welt. Und heute ist man ein Dark Errissen. Ah, da ist sie. Da ist die Tante. Yippie. Es gibt 16 Kammern. Jeder hat andere Feinde darin. Meistens ein Boss. Einziger Unterschied ist die Kammern des Wehklagens. Die solltest du nur spielen, wenn du vorher den Optionen auf Offline stellst. Der Boss ist online nicht mehr möglich. Daher nach jedem Sieg über ihn, egal von wem stärker wird. Ah, okay. Ja, das habe ich schon gelesen. Es geht um die Wasserfläche, Master. Viele Böse. Nur wie du es erwartet hast, für ein Fischgebiet. So. Letzte Chance zu speichern. Ab jetzt. Auf ins DLC. Du. Du kannst mich sehen. Ja. Der Neuer-One-König-König-König-König-König-König. Der Eterne-Ring. Ich habe riesige Neu-König-König-König-König-König. Bitte, Sir. Willst du mir deine Hilfe geben? Du hast meine Eterne-König-König. Du sprichst jetzt um ein Schäden von Salz. Mein Fisch wohnt überall. Ich würde dich da jetzt nehmen, wenn es dir gefällt. Hm. Kannst auch jederzeit mit DLC wieder zurück mit dem Eisestern und starten mit DLCs. Also keine Angst. Okay. Jetzt erfreuen wir uns wieder. Ich frage dich. Ist das ein Schäden, welches du von deinem Willen hast? Du bist ein Schäden. Ich frage dich. Ich frage dich. Wir sind jetzt auf Bitterblack Isle, weit wie eine schwäte nach der Bitterblack Isle, wie eine Sorge von der Katastung, die wir nachdenken. Ich würde euch bitten, ihre Däden zu erforschen. Ich bin mal ganz ruhig. Hey, er kann hier einfach so durchgehen. Na, Tief, warst du auch schon hier? Ich weiß, Gugchen war schon mal in unbekannten Orten. Da kam sie halt mal zurück. Ein Reisestein? Äh, Zielkristall? Ja, stimmt. Dieses Porn fühlt sich meistens an Ease. Es ist ein Riftkristallmaster. Was haben wir hier? Öl entnehmen. Ich nehme das. So. Was immer hier Feines. War es möglich, ich würde nicht, dass ich dich auskennen würde, mit so meager einer Explanation. Aber ich glaube, dass ich selbst nicht besser weiß. Ich weiß, dass ich, wie du, hier bin, hier bin. Ich bin, wie du, hier bin. Ich weiß, dass ich, wie du, hier bin. Und ich bin, um zu bleiben. Ich fühlte dich in der Distanz, und sagte dich für Hilfe. Ich wusste, dass du, mit dem Instinkt, das kannst du den Willen von dem, der unterhalb ist. Ich weiß, dass mein Rolle hier hier ist, um dich in dieser Reise zu helfen. Ah, Junge, ich habe vergessen, die Hose anzuziehen. Ah, gut. Wer hatte denn deine Hosen? Wem habe ich die denn gegeben? Stadthosen? Nee. Ja, das können... Ah, die waren das. Das sah doch etwas unfein aus. Zur Ausrüstung. So, jetzt sieht der Junge wieder schmuck aus. Weiter wie Teleport. Der Reisestein funktioniert noch hier am Eingang. Wenn du im Inneren wieder hin und her willst, brauchst du einen Liftstein. Davon hast du, glaube ich, drei im Lager. Ja, und auch alle geholt. Hm. Ich denke, die sind alle noch im Lager. Das ist jetzt doof. Ich dachte, die hätte ich mir alle geholt. Hm. Ich werde wagen, sie ist eine Geschichte zu erzählen. Das ist jetzt so. Einer ein Schlacht habe. Was steht denn hier Schönes? Wenn der durch das Labyrinth streift. Hier wäre eigentlich ein verfluchten Gegenstand. Ich habe besser deine Waffe, die durch Drachenflammen verwedelt wurde. Okay. Na, gucken wir mal. Was steht denn hier genau? So, dann können wir euch die Beziehung zu anderen Führungen geben. Vielleicht kann einer eurer Vorgänger Licht auf den Weg bringen, der vor euch liegt. Sucht einen anderen, der wie ihr dem Drachen bekannt ist. Ähm. Ah, ich nehme an, hier gibt es schon einen. Und das ist nicht online gemeint. Wenn ich etwas fantasy erkunden kann, bringt es jemand, der die Sicht besitzt, es zu durchblicken. Was haben wir und was gibt der? Die Dunkelheit. Äh. Ja. Die Dunkelheit. Ah, so. Die Dunkelheit raubt selbst stärksten Persönlichkeiten den letzten Nerv. Aber sie ist nicht komplett ohne Segen. Wenn ihr Rüstungsteile besitzt, die vom Drachen veredelt wurden, bringt sie zu eurem Vorgänger, so dass er die darin verborgenen Kräfte wecken möge. Hm. Ich nehme mal alle. Siehst du Pechern. Es sieht nicht wie ein rotener Billboard, vermutlich ein Täschnach. So. Aber einfach du mit damit. Das nächste Mal. Toterinos. Vielen Dank.